so wieder da jetzt mal Mario für heute weiß ich nicht ganz genau Snowman's lost his head das ist aber nicht schön das ist echt nicht also mir ist das auch mal passiert ich hab auch mal meinen Kopf verloren also das war nicht so schön ok erstmal die Münzen hier holen ich habe das letzte mal was gelernt da waren alle mal ganz schön Sachen weg und schon wieder du scheiß Pinguin was will ich denn mit dir ich will ich doch gar nicht nicht mal einen Stern will ich genau geh weg geh weg geh nur weg ja sollte reichen bleiben sie willkommen cool hab ich gespeichert oder naja egal da 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 der um wo es schon viele münzen dort da haben da und da und da und da und da noch für zwanzig vor mir egal was du jetzt sagst jetzt raus ich muss wieder anstellen darf ich aber nicht einsam wenn man das mal ganz schöne arbeit wieder weg und warum geht es eigentlich soll ich möchte gar nicht so reden aber was soll du 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 ich nur oder wie ein paar münzen hat flug also jetzt hat alles ganz gut ich runtergefallen der schnee kopf ist ja ganz woanders er liegt ja da ich nehme an kopf soll das denn verstehe du bist riesig und willst du deinem körper warum musst du mich dann verlassen nein du bist bestimmt voll fröhlich dass du deinen kopf wieder hast ne ja ich glaube ich war zu langsam traurig aber war du mein leben drin naja kann ich auch gebrauchen ja so wenn man vielleicht für das spiel zu 100 prozent durchspielen das ist ja schlimm braucht ihr mir das überhaupt zu wie habe ich mir das selber überhaupt zu tun ich habe eine bessere lösung ja ich habe eine bessere lösung ja ja so geht das nämlich hier bei super mario kann jemand kann rein und herschießen und ich habe es nicht daran wo es eigentlich schaffen wollte aber was soll es ne ja besser als sterben ist es allemal außerdem kann ich jetzt hier wenn ich jetzt mal safe wäre das war eine lettrestische Münzen hoffe ich zumindest nicht das gibt es nicht vier Münzen hier hole ich mir jetzt hier noch ich bringe ich mir nein aber bis dann komme ich bestimmt damit bis dann komme ich bestimmt geht doch bäm den schon haben wir schon mal ja ich will speichern jetzt nochmal nach ganz oben damit ich auch getrost diesen part beenden kann ich weiß dass ihr euch nicht zu Tore langweilt weil ich so oft fehle und sterbe und all sowas oh schaffe ich das überhaupt oh nein oh das wollte ich doch gar nicht ok speichern mal kurz ich will etwas sehr gewagtes ausprobieren ich will etwas sehr gewagtes ausprobieren ich will etwas sehr gewagtes ausprobieren was war das denn wo ich denn bekomme das war glück ich meine können habt ihr das gesehen was für ein glück ich da hatte boah ich bin irgendwie gerutschen da bin ich geflogen da kam ein Wind und dann das war ja auch dumme menschen haben mein glück ich hoffe mal der schneeballkopf ist jetzt hier wieder da das heißt nicht blöd schneeballbirne Schneeballbirne. Nein! Blablabria! Scheiße, Kacke, verdammt. Mist, Ricks, Kacke. Okay, noch einmal. Noch einmal. Lala, ich bin ganz, ganz, ganz normal bin ich drauf. Und ich nehme jetzt auch die leichte Schuld auf. Fahr, Mario, fahr, fahr! Ich darf leider nicht da runter gehen. Das würde als schummeln würde. Das habe ich schon oft genug probiert und muss den richtigen Weg fahren. Aber... Du bist zum Schneemann. Ich war erster, ich war erster, ich war erster. Boah! Was soll ich denn da tun? Tja, tja, tja. Ich muss nur als erster da sein. Hallo? Hallo? Was soll das denn, du scheiß Kopf? Ich drehe dich jetzt da raus. Geht leider nicht. Mann, was soll der Kacke? Mann, was soll der Kacke? Ja, schade, 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 schade. Mann! Wisst ihr was? Ich habe absolut keinem, was ich tun soll. Und deswegen mache ich einfach den anderen Stern. Den ich mal nicht noch machen kann. Der meiner Meinung nach viel einfacher ist. Ach. Muss ich aber gucken, muss ich ja trotzdem noch machen, Alter. Hm. Das ist alles, was uns übrig bleibt. Das wäre ja auch kacke. Dass die dritte Welt war. Erste, dritte Welt. Und ich spiele schon fast eineinhalb Stunden daran. Und dann gleich neun Parts. Das ist ja schon. Boah! Verdammter Mist! Okay, irgendwie habe ich das Glück jetzt verlassen. Äh, ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch. Schrecklich. Ah, okay, die Musik stimmt einfach nicht immer schön in der Stimmung um. Warte mal fröhlich. Also mich zumindest. Ah, okay. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Aha. Ja, man kann hinter so lang gehen und da kommt so ein scheiß Ding, wo ich jetzt nicht rennen will, sonst falle ich hier mal runter. Ey, du Penndinger. Geht das? So regelt man das mit den Gegnern. Und geschafft. Yeah, rübergesprungen. Aha. Ich bin super, ich bin toll. Ich muss mal irgendwie einen Wandschiff machen. Scheiße, nicht ganz geschafft. Da gibt es aber so einen Herzkristall. Hm. Und wie kann man noch einen Wandschiff? Ah. Autsch. Das war ja schon fast ein Wandschiff. Ne. Mann, ich hab das doch nicht mehr. Hab ich so das Gefühl, langsam. Wollte ich irgendwie so machen. Das ist eine Kombination aus den zwei Sprüngen. Ne, klappt auch nicht. Ach. Ach, ich weiß wieder, wie es geht. Ach, das hat mir so vorher nicht eingefallen. Das ist doch völlig logisch. Scheiße, nicht geklappt. Ach. Ich hab gedacht, ich kann schon angehen, dass es beim ersten Mal klappt. Äh, das ist beim ersten Mal klappt. Aber nein. NACHEN. Ahan. Wieder nicht. Einig, einig. Einig. Also, wir haben ein paar zu Ende. Ich will es noch eben schaffen. Ich glaube, ich habe zu viel versprochen, mit dem ich schaffe es in diesem Part. Ich bin fast über der Zeit. Glaube ich. Nochmal schon vor. Nochmal, ganz ruhig, ganz ruhig. Mit Gefühl. Eiskalt. Safe State. Boah, geschafft! Das war noch in dem Part. Boah. Hammer, 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 hammer. Komm, wir sind mit dem scheiß Schneemann. Das mache ich beim nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich auch. Nächstes Mal kommt das mit dem blöden Schneemann. Und Tschüss.